... offenbarte sich auf viele Arten. Träume, Albträume, Gefühle, Schmerz, Erinnerungen. Die Machart von Strang knüpft daran an. Dunkelheit ist etwas völlig anderes als das Licht. Eine parakausale Einheit, die ungreifbare Bewusstseinsrealität, verbindet und dann... Du redest vom Fluss der Seele. Fluss? Ja, eine Geschichte für Kinder auf Neptun. Also ein Kinderlied? Quasi. Seit Anbeginn der Zeit gibt es einen reißenden Fluss. In der Geschichte versuchen manche, ihn zu teilen, einen Damm zu bauen, doch nichts hat ihn auf. Viele haben geglaubt, dass wir entweder im Wasser ertrinken oder schwimmen lernen. Irrtum? Ja, und das Verrückte daran ist, wir sind der Fluss.